Wir stehen heute am Anfang unserer Haushaltswoche. Das heißt, wir werden in den nächsten Tagen den Bundeshaushalt 2019 verabschieden. In diesem Bundeshaushalt setzen wir viele Akzente zum Beispiel im Bereich Bildung, aber auch insbesondere im Bereich innere Sicherheit. Wir wollen mehr Polizisten haben. Wir wollen mehr für die Sicherheit in diesem Land tun. Es gibt aber auch viele, viele spannende andere Punkte in diesem Haushalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, folgen Sie uns doch einfach in den sozialen Medien unter dem Hashtag WirHandeln.